Swiss Crypto Jay, dein YouTube-Channel rund um das Thema Krypto und Vermögen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Altcoin-Hasen. Ja, wir machen nur noch zweimal die Woche die Altcoin-Videos, aber wir werden die Altcoins-Videos ein bisschen ausbauen. Und zwar werden wir stetig neue Projekte hinzufügen. Aktuell hat die Telegram-Gruppe eigentlich abgestimmt und die Mehrheit ist dafür, dass wir auch Crow in Zukunft fix ins Sortiment mit aufnehmen. Zukünftig kann es natürlich noch viel mehr werden. Ja, wir werden da dementsprechend eben wieder die Community entscheiden lassen, welche Coins dann dementsprechend als nächstes kommen. Vielleicht werden auch manchmal einige ausgetauscht oder mal, wenn es uninteressant ist, einfach nicht gezeigt. Und jetzt würde ich sagen, wir legen gleich los, denn wir haben einiges an Arbeit für uns. Ja, wir starren gleich mit Chrome. Bei Crow ist natürlich jetzt die Frage, wie gehen wir denn hier vor, weil es ja schwierig ist, den aktuellen Pattern einzuzeichnen, weil ja eben der Preis eingebrochen ist. Man muss aber auch sagen, dass der Preis allgemein rückläufig war. Das liegt natürlich eben an der FED, am Nasdaq, an Inflation, Rezession und natürlich dann auch noch, was Bitcoin macht, ziehen die Altcoins themen entsprechend mit. Der grosse Abverkauf kam natürlich dann, wo Krypto.com gesagt hat, hey, die Rewards werden völlig angepasst. Und das muss man aber auch sagen, die Kommunikation war nicht optimal. Muss man ehrlicherweise zugestehen für so ein grosses Unternehmen, hätte man das einfließender machen können, obwohl es sehr schwierig ist zu entscheiden, ist das jetzt richtig oder falsch. Da sind wir auch nicht die richtigen Leute dazu. Aber was ganz klar ist für mich, war das nur eine Akquirierungsphase, ein Projekt, um mehr Kunden zu gewinnen. Und ich glaube, dieses Projekt wurde jetzt damit eigentlich abgeschlossen. Die Akquirierungsphase ist durch. Jetzt fängt man an, eine gewisse Features-Strategie aufzubauen, wo eben dann Coin dann auch wieder nach oben bringt. Und man darf nicht vergessen, wir hatten grob bei einem Dollar praktisch, bei einem Dollar All-Time-High und somit eigentlich auch, und das nicht wegen den Rewards, by the way, sondern weil eben dieses Produkt mit sehr interessanten Features bedeckt ist. Also daher, aus diesem Grund, liebe Freunde, würde ich sagen, behalte das gut im Auge. Für jeden Hodler aktuell ein sehr spannender Einstieg. Man muss aber auch sagen, dass hier der Boden wahrscheinlich noch nicht gefunden ist. Denkt daran, was ich heute im Bitcoin-Video gesagt habe, mit der Nasdaq, mit der Fed. Es ist immer noch möglich, dass wir weiter fallen. Wenn Bitcoin in Richtung 28'000 Dollar fallen würde, nochmals irgendwie 20% runterzieht, das auch die Altcoins nach. Darf man nicht vergessen, also auch hier wäre die Möglichkeit sehr, sehr gut da, dass man auch hier nochmals 20% runtergehen könnte. Also darf man nicht vergessen. Wenn man aber die Indikatoren, jetzt abgesehen von der makroökonomischen Lage, ein bisschen die Indikatoren anschaut, sehen wir, dass wir hier unten in der RSI in einer sehr interessanten Kaufeigenschaft stehen und die kurzfristige sowie die langfristige MICD sich bereits schon wieder annähern für einen bullischen Cross in der bärischen Hälfte, somit eigentlich eher etwas Starkes. Das kann also sein, dass wir hier eine Preiskorrektur wieder sehen, Richtung des 0,382 Fibonacci. Das wäre absolut machbar und legitim. Natürlich, wie gesagt, es kommt jetzt alles ein bisschen auf die Sichtweise an, wie sich das Ganze morgen auskristallisieren wird mit der Fed. Aber nichtsdestotrotz, Freunde, würde ich anstelle von diesen Pattern, würde ich jetzt mit der Fibonacci arbeiten, die dementsprechend dann halt ein bisschen nachziehen, sollten wir noch ein bisschen weiter nach unten dippen. Das spielt gar keine Rolle, das könnt ihr jederzeit tun. Aktuell ist aber diese schwarze Linie, die ihr hier oben seht, sozusagen unser diagonaler Deckel, der uns ein bisschen sagt, okay, hier und nicht weiter wird die Musik spielen. Also da müssen wir auf jeden Fall sehr, sehr gut aufpassen. Ansonsten bin ich eigentlich mit diesem Level sehr zufrieden für eine Akkumulation, um nachzukaufen. 30 Dollar sind Leute, Crow, das ist Wahnsinn. Es gab ja Leute, die haben gesagt, dass Crow B&B ersetzen wird oder ablösen wird. Ja, ablösen ist vielleicht falsch gesagt, aber sicher ein strenger Mitbewerber. Ja, das war natürlich jetzt ein Schock, wo viele verdauen mussten. Ich meines Erachtens muss natürlich sagen, wenn du ja clever bist, kaufst du nach, haust es ins Staking rein und nutzt es dann für die nächstmöglichste Kryptokarte. Also bleibt auf jeden Fall interessant und spannend. So, bei VeChain. Was ist denn bei VeChain passiert? Bei VeChain ist es so, wir haben beide Rebuys ja abgeholt, hier den oberen und den unteren. Den können wir eigentlich hier rauslöschen. Ich habe hier gestern nochmal ein kleines Rising Wedge für mich eingezeichnet. Der Boden ist nicht ganz hingekommen, spielt aber keine Rolle. Geht jetzt eher aktuell ein bisschen seitwärts. Eine gesunde Entwicklung. Man muss auch sagen, dass sich VeChain eigentlich sehr, sehr gesund bewegt. Für dieses ganze Flippering hätte ich hier gedacht, dass es schneller fällt. Den unteren Boden hier, den Rebuy lassen wir natürlich stehen. Ich ziehe den ein bisschen rüber. Bei 0,039 Dollar. Also das lassen wir weiterhin so stehen. Wir sehen auch aktuell, dass die S3 einen sehr guten Widerstand geworden ist. Muss man natürlich dann anpassen. Auf R1, besser gesagt, habe ich nicht getan. Sollte mal ein bisschen besser sein. Aber wir können ja hier gemeinsam das Ganze ein bisschen nachholen. Wir haben hier eine S1 und eine R1. Das passt relativ gut. Gilt aktuell auch für uns ein bisschen für eine Akkumulation. Jetzt sind wir ein bisschen in diese Richtung für die Fibonacci, auch für uns, um so zu arbeiten. und warten jetzt, bis wir hier ein neues, sinnvolles Pattern bilden, um daraus dann wieder Schlüsse fassen zu können, wohin die Reise geht. Aktuell sind wir im Trade, haben die Trades also abgeholt. Es fehlt nur noch den letzten Rebuy. Auch der ist möglich. Denkt daran an die Worte, die ich vorher gesagt habe. Bei Ripple ist es ja so, ich wollte ja eigentlich vor dem Urlaub aus diesen Trades raus, sind dann aber trotzdem rein. Wir haben da diese symmetrische Dreieck gebildet gehabt. Diese Linie, wieso ich die so weit nach unten gezogen habe, ist mir ein Schleier, aber das ist Wurscht. Haben diese Rebuys alle abgeholt, sind dann natürlich runtergebrochen. Die können wir alle rausholen, sind da drin. Und, liebe Freunde, auch den grossen Rebuy hier unten bei 58 Dollar Cent, wo ich auch damals gesagt habe, der ist wichtig, den zu setzen für euer Risk Management. Der wurde super abgeholt. Und schau mal, wo genau der Support stattgefunden hat, nämlich genau bei 58 Dollar. Also richtig, richtig nice. Das freut mich auch hier, Freunde. Der Preis für XRP ist wirklich sehr günstig. Man darf nichts sagen. Denkt daran an all die Ripple hier, ja, Ripple, die ich zum Milliardär sehen. Das ist unglaublich, Freunde. Aktuell auch hier bilden wir wieder ein Rising Wedge. Auch das müssen wir sehr gut im Auge behalten. Ich nehme jetzt aktuell auch diesen Rebuyer aus, weil den haben wir abgeholt. Jetzt müssen wir diesen hier nochmal im Auge behalten. Wenn man aktuell ein bisschen die Indikatoren anschaut, haben wir natürlich ein anderes Muster als bei Crow. Wir sehen hier bereits wieder eine Abschwächung. Der Bullen könnte also zu einem weiteren Cross kommen. Aber man muss auch sagen, hier weiterhin in der bärischen Hälfte. Auch da muss man sagen, die Kaufoptionen sind hier sehr, sehr gut gelegen und gut gegeben. Weiterhin muss man natürlich immer wieder einen Blick auf die Jay Ripple halten. Die bleibt weiterhin sehr interessant und spannend für uns. Ansonsten kann man sagen, kam es, wie man es halt im Worst Case erwartet hat. Wurde abgeholt. Bin damit zufrieden. Und jetzt warte ich auch hier, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Sollten wir aber hier bei Ripple noch einmal ein bisschen weiter fallen können, müssen wir definitiv in die Vergangenheit gehen, um zu prüfen, okay, wo kann mir denn Ripple denn die nächstmöglichsten Supportzonen bieten? Und da muss ich tatsächlich bis ins Jahr 21. Juli und so plus minus hier unten haben wir noch was, was wir vielleicht ein bisschen anschauen könnten, was uns noch einmal ein bisschen neuen Support geben könnte für den nächsten möglichen Rebuy oder halt eben für Neueinstieg. Für Leute, die noch nicht in einem Trade drin sind, wäre das eine sehr, sehr interessante Möglichkeit. und denkt jetzt nicht, der Preis kann da nicht runterfahren, Leute. Wir sind hier von knapp 5 Dollar Cent. Also das ist absolut machbar. Also wir hätten hier einen schönen Bereich bei 0,35 Dollar Cent. Sieht also gut aus. Sieht gut aus, dass wir hier definitiv nochmals durchkommen könnten. So, haben wir es, haben wir es, haben wir es, haben wir es. Voilà. Also ich werde hier dementsprechend für mich noch einmal ein Rebuy setzen, damit ich hier dieses Level noch einmal abholen kann. Im Fall der Fälle sollten wir noch einmal ein bisschen nach unten dippen. Wo genau der Boden sein wird, das werden wir dann sehen anhand der Fette. Also irgendwann kommt dann so die Grenze, wo Zinserhöhung und Angst in einem Gleichgewicht ist und irgendwann wendet sich dann das Ganze wieder. Das ist eigentlich im normalen Fall relativ zügig. Aber nichtsdestotrotz, bin zufrieden, können wir es so stehen lassen. Ja, bei Gardano ist es so, dass wir hier auch unsere Rebuys abgeholt haben, Freunde. Die nehmen wir hier jetzt weg. Auch hier den Worst Case, Leute. Ja, ich sage es noch einmal. Bei 75 Dollar Cent haben wir den abgeholt. Also es ist geil. Kann man nur sagen, dass es eben geil ist, ein richtig gutes Risk Management aufzubauen, dann bist du einfach richtig gut abgesichert. Ja, und aktuell sehen wir hier das Ascending Trang, das kleine Ascending Trang, was eine Möglichkeit auf die 82 Dollar Cent uns hochbringen kann. Also auch hier sehr interessant. Die bullische Stärke bleibt bestehen aktuell. Die RSI gibt uns einen leichten Wink nach oben. Also auch hier könnte man davon ausgehen, dass wir dieses Target dementsprechend noch erreichen können, bevor wir vielleicht gegebenenfalls nochmals eine Korrektur nach unten ziehen können. Bei Gardano, muss ich ehligerweise sagen, habe ich mich noch nicht orientiert für ein weiteres Level. Dieses Double Button habe ich mir eigentlich zur Verfügung gestellt. Hier warte ich auf jeden Fall jetzt mal ab, wie sich das Ganze noch entwickelt. Gegebenenfalls werde ich dann hier ein Update in die Telegram-Gruppe schicken. Bei Solana war es ähnlich. Auch hier haben wir unser Risk Management aufgebaut. Es war ja eigentlich eine grosse Chance, von Solana hier ein schönes Ascending zu bilden. Haben wir leider nicht geschafft, wie wir es gut erkennen können. Sind aus diesem Grund dann aber auch mitgezogen, mit Bitcoin und Co. Nämlich nach unten sind hier aber vorbereitet gewesen. Haben gesagt, okay, sollten wir fallen, kaufen wir uns neu ein. Wir haben uns diese Rebuys gesteckt, die haben sehr gut funktioniert. Und auch hier wieder unser Risk Management, Freunde, bei 83 Dollar, gut abgeholt. Ja, das ist das Interessante und Spannende eben an einer Chart-Analyse, wenn man sich auf sämtliche Szenarien vorbereitet und nicht nur auf ein Wunsch-Szenario, das man sich irgendwo im Kopf abbildet. Ja, also auch hier muss man ein bisschen immer versuchen, den Ball auch ein bisschen flach zu halten. So, jetzt haben wir hier ein relativ grosses Fake-Out. Gefällt mir aktuell nicht vom Einzeichnen her, vom symmetrischen Dreieck. Dennoch lassen wir mal das stehen, um zu prüfen, ob sich hier auch wirklich ein symmetrisches Dreieck entwickelt. Eine, ein Wimpel ist es nicht, ja, da die Spanne hier viel zu gross wäre für den Wimpel. Also lassen wir das auch nochmal stehen. Prüfen aber auch hier definitiv unsere Indikatoren. Also ein wichtiger Blickfeld bleibt auf die J-Ribbon. Dann haben wir gleichzeitig hier jetzt einen Bullischen Cross. Ja, bei der langfristigen M-ICD. Wir sind in der kurzfristigen Bereich ebenfalls. Da kommt bullische Kraft rein. Und die RSI ist auch in meiner Meinung nach in einem sehr, sehr vernünftigen und guten Level drin. Aktuell trainen wir bei 88 Dollar. Optimal wäre hier ein Ausbruch natürlich dann wieder zurück über die S2, was wir hier eingezeichnet haben. Dann hätte man da auch wieder einen neuen Support. Oder könnten somit den Support bestätigen. ein mögliches Ausbruchsszenario Richtung 97 Dollar wäre auch hier machbar. Wie sieht es bei Ethereum aus? Bei Ethereum habe ich gestern noch in der Telegram-Gruppe euch meine Szenarien durchgestellt. Ja, also diese Rebuy hatten wir damals schon abgeholt. Ja, also diese 2.765 gelassen. Aber trotzdem nochmal stehen. Vielleicht erweitere ich da noch einmal. Ja, hier unten bei 2.718. Und dann nochmal auch hier wieder mein Risk-Management bis auf die 2.300 drunter. Ebenfalls sehr, sehr gut vorbereitet. Auch hier können wir einen guten Blick auf die Jay Reapen setzen, Leute. Hier schnürt sich das ganze Thema langsam ein wenig zusammen. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Und dennoch muss man auch hier wieder in der Kurzfristigen den Blick drauf halten. Wie sieht es denn hier aktuell aus? Ja, wir verlieren ein bisschen bullische Stärke. Hier oben kann es stagnieren. Das bedeutet also, dieser Retest hier hat dementsprechend sehr gut funktioniert. Ja, wir haben hier einen Retest vom Ausbruch auf dem Falling Wedge. Ja, das könnte jetzt eigentlich nochmals bestätigt werden auf diesem 0,32-Level. Ja, das soll jetzt nicht darunter kommen. Müsst ihr darüber bleiben, bestätigen. Dann könnte man Kraft haben, um eben nach oben zu kommen. Und gilt dann gleichzeitig eben auch als Bestätigung für den Ausbruch aus diesem Falling Wedge. Das Falling Wedge-Target wäre dann plus minus bei 3.000 Dollar. Auch das wäre natürlich interessant. Sollten wir es bis dahin schaffen, was aktuell auch abhängig ist an Bitcoin etc. Ich wiederhole mich, ich weiss. Aber sollten wir es da hoch schaffen, wäre natürlich dann auch demnächst wieder eine Möglichkeit da, die MA200 Bullisch zu crossen. Und das könnte uns nach oben bringen. Wäre also ein Szenario da, dass die Fed sagt, wir bleiben eher entspannt, Freunde. Wir gehen da langsame Schritte. Dann kann das eine recht bullische Wirkung geben nach oben. Ob das nachhaltig ist, das bezweifle ich, denn da kommen ja noch weitere Schritte von Zinserhöhung. Also bleibt mir da bitte auf dem Boden. Und achtet sehr, sehr gut auf euer Risk Management. Wenn ihr dazu unsicher seid, nutzt, bitte lieber ein Stop Loss oder dementsprechend mit kleinen Beträgen in diese Trades rein. Sonst verbrennt ihr euch definitiv die Finger. So, mir gibt es dazu, nichts zu sagen, Freunde. Ich bin zufrieden, wie es ist. Hat eigentlich alles so funktioniert, wie ich es gerne gehabt hätte. Ansonsten sage ich Tschüss aus der Schweiz, bliebe gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss. Ja, liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Wenn dir mein kompletter Content gefällt, darfst du mich natürlich kostenfrei abonnieren. Was mir aber am meisten gefallen würde, wäre ein Dialog zwischen uns, nämlich dein Kommentar unten rein in das Video. Dann können wir uns ein bisschen austauschen. Was ist deine Meinung? Stimmt das, was ich sage? Oder bist du komplett anderer Meinung? Bleib einfach höflich und sachlich. Dann werden wir definitiv einen kleinen Dialog finden. Was ich auch noch für euch habe, ist auf www.scriptorj.ch könnt ihr immer die aktuellsten Videos sehen, den aktuellen Firmen-Greed-Index, den Halving-Countdown und vieles, vieles mehr. Aber das Wichtigste ist nämlich der Zutritt in unsere Telegram-Gruppe, die im Übrigen völlig kostenlos ist. Da hast du drei verschiedene Signalgruppen sozusagen. Also wir haben ein Talk-Signal und eben eine Chart-Analyse-Gruppe. Komm rein, tausche dich mit uns aus und wenn du komplett Interesse hast, dich weiterzubilden im Bereich Trading, dann kann ich dir unser Academy Club ans Herz legen oder eben das komplette Coaching bei uns. Bei Coaching kannst du dich sehr, sehr günstig und interessant weiterbilden, sodass du eben langfristig kein Geld verlierst, sondern eben gewinnst. So, und jetzt sage ich Tschüss aus der Schweiz, bliebe gesund und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.